jetzt direkt vor mir das nase der durch den hasen ausgekackt ok weitermachen toll ich verriere lustigerweise war das in der geschlossenen vielleicht magst du deswegen keiner anders ich weiß auch nicht was alle gegen ananas auf pizza haben also bei mir ist der boden deswegen nie durchgeweicht weil ananas drauf ist nie habe ich mir doch auch gut oder so hawaii sandwiches oder sich richtig viele hier so am strand ich glaube wir sollten weg vom strand ok bei butter mit nutella hat bei mir auf aber ich jetzt auch eh keine nutella also meistens machen wir da auch butter drauf aber ich mache halt auch nur wirklich also egal was ich dazu noch esse kannst du mal bitte aufhören die ganze zeit im kreis zu laufen ich wollte die ganze zeit nur in einer richtung geradeaus laufen bis wir was für die ganze zeit einfach die richtung ja ich bin im baumlauf gefolgt weil in dem baum ist was besonderes da gibt es was zum springen gar kein springstoff tomaten sind auch ekelhaft sag mir doch einfach dass du kein gemüse ja jetzt der ideal zum spitmer meine mein kraft das stimmt ganz einfach ist doch geschmackssache ich verstehe nicht wieso geld in diesen koffern drin ist verstehe ich einfach nicht oder ich war schneller aufgesammelt nein ich meine ich meine war was zum aufheben also was ich glaube für die inflation auf der insel so gehen wir jetzt wieder geradeaus weiter ja ja dass du da bist schön dass es dir gefällt was war das hier ist ein höhleneingang wir wollten aber erst suchen aber so richten abspeichern ja markiert ja markiert er das mal ja die steht gerade voll gemisch können wir lieber diskutieren warum sims 4 noch keinen battle royale modus hat kommt noch pflanzen die giftig ja auch geil der frage sind die giftigen ist die einfach leute nicht nachmachen das boot gefunden fang mich koffer in antöern kann man kleber trinken dann sieht man lustige dinge kleber trinken erinnert mich an die realschule hat die da kleber getrunken sollte man aber nicht tun ok das ding ist ein bisschen zerstrom alkohol wollen wir zum schiff ja nie gegessen hatte ne klebestifte da ich nehme noch nen panzer mit ah ja stimmt das ist ne gute idee das macht man natürlich in echt auch nicht tierschutz und sowas ich habe immer angst dass ihr wasser irgendwie da oben ist ein großer baum so ein special baum ist da was besonderes ja dann gehen wir da gleich mal hin insoweit ich weiß beten da auch die der eingebunden oder die münchen bauen dürfen wir uns da dann nicht angreifen ja doch ich dachte fällenweite sammeln Leute p.e.t.a vor allem diese wunderschöne foto von diesem musiklaus äh hallo ich häng fest jetzt hat Dreamy schon ne Yacht also ehrlich wenn ich auf einer Insel gestrandet bin dann töd ich auch Tierraum zu überleben p.e.t.a. kann nicht mal du hast hinten rekordektoren speichern oh ne jetzt habe ich zwei druckluftflaschen aufgehoben ja ist auch gut soll ich hier eben speichern oder für ne magst was denn hier das Bild ein Einhorn von Megan der Name ist noch wichtig ähm mehr sag ich nicht spoiler ne mehr sag ich nicht und hier oben ist noch ein Seil äh so da müsst ihr in der Seil ja zwei easy die Frage was geschah mit den Yachtbesitzern die wurden gegessen können wir nicht einfach die Yacht frisch machen und abhauen so schau mal auf die so bin auch wieder da war Weihnachtsbaum schmücken oh da haben wir uns heute auch drüber gestritten meine Mutter möchte immer erst dass wir den ersten Heiligabend schmücken und ich finde das viel zu spät da ist ein Hai da man sieht den teilweise echt schlecht ich dachte es gibt hier so weit ich dachte die gibt es hier so nah nicht ich dachte die gibt es hier so nah nicht ach da ist ein Hai ach da ist er wieder weg er will er da naja ok da schwimmt auch einer ne das ist ne Schildkröte der kommt zu uns er kommt zu uns ich bin weg Hallo ich wurde noch nie von einem Hai angegriffen das wäre aber wir hatten es die letzten Jahre auch immer recht spät gemacht und auch noch ne Woche bis zwei ein Baum muss ne Woche vorher geschmücken ja eben ich möchte den halt auch früher schmücken ich finde das auch scheiße wir haben noch nicht mal einen Weihnachtsbaum wir haben noch nicht mein Vater sagt halt jedes Jahr dass er keinen haben will ich würde den halt so gerne auch ne Woche früher schmücken ich dachte die Haie sind gar nicht so nah am Ufer das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen wir müssen uns bei uns auch mal ein Schiff bauen ja ich liebe Schifffahren es gibt es gibt LED Leuchten das macht heute glaube ich keiner mehr echte Kerzen auf dem Baum das wäre mir viel zu anstrengend das dann zu machen also die anzumachen jeden Tag ich glaube die kann man essen ja wir haben einen Fake Bonsai als Weihnachtsbaum ich habe Heidelbeerbauchsamen Heidelbeerstrauch yes gut können wir anpflanzen endlich mal aber eine Rehe haben wir immer noch nicht gesehen ja es reibt mich in die Nase ich will unbedingt eins also wir brauchen mehr 4 Stück ein Stück ein Stock mir war langweilig ich habe mit den Kerzen gespielt da ist ein Höhleneingang noch einer eine Hase der Hase dreht sich ja ja was speicherst du wieder? so ich glaube das wolltest du nicht ne nein da war Benzin und ein Gerät das Blitze erzeugt und Indy wir haben hier so eine geile Lichtung als wenn hier da hinten ist ein Typ wir wollten zu dem Baum gehen wir wollten zu dem Baum gehen so spät wollen wir umdrehen? ja hier sind eh keine Rehe irgendwie wo sind diese verdammten Viecher? warte 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 Oh, hier ist ein Grab. Hm? Einwohner. Wo bist du? Da ist ein Dorf. Hä, what the fuck, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Wir wollten zu dem Baum. Da bin ich da hin. Nein, du hast den Baum gar nicht markiert. Wo rennst du denn lang? Wo bist du? Ich bin einfach wieder zurückgegangen. Ja, bin ich... Ja, aber... Hä, ich dachte... Okay. Ein Dorf gefunden. Das kann eigentlich auch mal eben aufs Schiff und schlafen gehen. Stimmt. Ja, da bin ich doch gerade der ganze Linke dann in die Richtung. Nein, du bist in die falsche Richtung gelaufen. Ne, ich hab die... Ne, ich hab den Haier gerade gesehen, aber dann dachte, du bist weiter hinter mir. Hm, hm. Da hab ich mich umgedreht. Da liegt irgendwas. Ach so, das sind die Teile. Ja, dann lässt sie schlafen gehen. Gleich kommt der Hai und wir sind tot. Wo bist du da, wo der Name steht? Ja, aber du siehst ja die Entfernung nicht. Er könnte auch am anderen Ende der Map sein und ich würde den Namen da sehen. Fünf-Star-Hotel. Fünf-Sterne-Hotel. Wow. Wir sind zu früh schlafen gegangen. Wo steht der Mund? Der Mund steht halt wirklich direkt oben am Himmel. Ich würde ja sagen, wir warten hier, aber ich habe Hunger. Also, ich hab Snacks. Ich nicht. Echt nicht? Doch. Wollt ihr es haben? Nein, das habe ich. Und stehen schlafen muss auch nice sein. Oh nein, jetzt wollte niemand einen Raub mitmachen. Oh mein Gott, ist der Stuhl. Zum Glück kriege ich bald einen neuen. Ich hör mir mal, kann ich mir die Kassetten anhören? Ja. Du musst halt den Kassettenrekorder und Ding ins Crossing für tun. Kassette 1. Ist da so Musik drin? Hörst du die auch, wenn ich die abspiele? Nein. Aber man kann die, soweit ich weiß nur wohin, platzieren, dann hört man das auch nicht. Das Gute ist, die Musik macht Ausdauer wieder. Ehrlich? Ja. Naja, wir haben halt gerade geschlafen, ne? Naja, ich hab Alkohol getrunken, hatte ich nicht so viele. Und die Musik ist echt gut. Die Musik ist echt gut. Die ist echt. Ich dachte, das wären irgendwelche Sprachaufzeichnungen. Boah, das wäre auch cool gewesen. Schönen alten, modischen Walkman. Walkman 2000er Flashbacks. Was machst du da? Ich wollte mich aufs Bett legen. Das lebt, glaube ich, nicht. Nee. Aber es sieht so bequem aus mit diesem Kissenberg. Du schwebst bei mir gerade in der Luft. Okay. Und durchbricht das Boot auseinander. Definitiv. Das war's ja wohl mit meinem Speer. Warum? Ist er kaputt gegangen? Nein. Ich wollte ihn gegen die Wand werfen. Er ist durch die Wand geflogen. Nicht dein Handy. Ich habe keine Knochen mit. Was? Mann. Kacke. Du brauchst dafür keine Knochen. Du brauchst dafür keine Knochen. Du brauchst dafür keine Knochen für den Speer? Ja, doch klar. Für den verbesserten Speer. Für den verbesserten, ja. Aber nicht für den normalen. Ja. Ja, aber ich will ja den verbesserten. Habe ich schon den verbesserten? Ja. Ja. Woher? Ja. Hast du für dich Knochen mit? Nein. Warum nicht? Ich will die nicht brauchen. Schade, dass mit einem Speer sind die mich wundet. Wenn man die wirft. Ja, aber dann macht ihr doch auf alle Fälle einen normalen Speer. Ja, hab ich ja. Ich wollte gerade sagen. Das war auf unserem Boot doch auch so. Da sind auch dauernd Sachen durchgefallen. Daraufs du daran erinnere ich mich? Okay, wir können wieder an Lane, glaube ich. Wenigens habe ich mein Speer nicht ins Hohl da geworfen. Ich muss hier bei dem Raub so aufpassen mit dem Minimum und Maximum. Ich vergesse es jedes Mal fast. Also, Maximum ist eingestellt. Du kannst nicht mehr setzen als 5000. Dann nimmst du halt einfach nicht am Raub teil. Wir müssen uns gleich mal ein bisschen Essen braten. Da unten sind Koffer. Wow. Was denn? Du hast Falsschaden gekriegt. Nein, ich habe den Koffer weggeschoben, als ich draufhauen wollte. Das sah dumm aus. Oh, heute verlierst du wieder alles. Oh. 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 der baum nein das kann man machen aus springen das ist wieder da was sie geht es fehlt ihr so stimmt ja wenn man nicht gefunden wird sicher auch eine markierung ich will stein und steuern gut dann hilft mir nicht dann mache ich das ich mache es aber in anderen farbe rot die ringelblumen ich sammle ringelblumen und ein alter anker hier ist ein topf ist hier eine uhr eine uhr wäre so toll marshmallow und speichern und schlafen ich würde mal zu gehen auf diese insel dann ich glaube da ist nichts oder das wäre toll das kostet ein floß ein kleines floß sieben holz und vier sticks und seil überdimensionale anker das stimmt ach geht so noch morgen und übermorgen zur arbeit dann urlaub das klingt doch gut wie lange hast du dann urlaub ich bin echt sogar zu müde leute ich gebe bis zum nächsten tag nicht ihr und hier hier sind ausgestorben die ja ich merke das schon und die sind halt nur im waldinneren wir sind schon am rand gibt es da oben was? nö. okay. das ist einfach gar nix. bis zum zweiten im grunde eigentlich nur jede menge brückentage. das stimmt. aber ist ja auch schön. das sieht doch so verdächtig aus. links ist ein container. ja 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 hab ich schon gesehen. in die richtung wäre ich jetzt auch gegangen. das beste ist gleich wie gesagt meine lagerfeuer woche. waren wir hier schon? haben wir hier angefangen? ne der container müsste noch was an? nö. dürfte nicht. ich sehe auch nur einen container. ist da timi drin? nein. ah doch das ist okay. das ist wo wir angefangen haben. das sind alles nur diese computerteile drin und die habe ich voll. naja gut. hab ich auch. lass uns mal tief in den wald. ja. boah das ist erst mal essen geraten. ja mein essen ist fast leer. hast du keine stickies? nein. sag doch was. er steht einfach daneben und macht gar nix. boah ich bin so müde. esbar. esbar klingt ja nicht mehr so geil. es ist noch im rahmen. okay. ich glaube ich hole mal eben auch ein bisschen wasser. geht das mit dem wasser? ne ne? musst du ausprobieren. ich glaube nicht. das würde mich wundern. wo ist das feuer? da. essen ist fertig. wir brauchen schon wasser. hallo rupst du da bist. wie geht es dir? ich glaube ich könnte mich gerade so schlafen sehen. trinken gibt es nicht. hast du nur soda oder so? was? ja ja aber ich brauche auch nicht unbedingt. nicht doch nur wenn wir irgendwann ein feuer gemacht haben. klar. wir haben es gerade ausgezahlt. verständlich. so hart wie du äh letztes mal durchgemacht hast. weiß gar nicht woran das liegt. naja ich habe die letzten tage allgemein nicht so viel geschlafen. ich habe gestern. ich habe eigentlich habe ich gepuzzelt den ganzen abend. tatsächlich. und dann. habe ich comedy gesehen auf rtl. und dann. ja. habe ich bis halb vier comedy geguckt. hätte ich doch bloß fernsehen. hätte ich auch geguckt. das war echt gut. aber ich habe keinen fernsehen Anschluss. das war ein inoffizieller 24 stunden film. naja nicht ganz. nicht ganz. ich. tatsächlich habe ich gerade das gefühl. ich fühle mich gerade so ein bisschen. so wie beim 24 stunden stream. einfach weil ich wirklich müde bin. wo bist du hin? ich glaube hier ist das loch. ne. ist nur großer see. das ist unser großer see. hier lang gehen. apropos 24 stunden stream. leute. nächste woche samstag auf sonntag. 24 stunden stream. ich denke mal 14 uhr. 24 stunden vorrisskörper. äh. nein. äh. ok. saubern. die sind halt echt einfach ausgestorben. brasier. és la grey-up! Oh Gott, hier fällt nossa füле um Flugzeug! Eyitta! Hinter dir, hinter dir ist auch eins! Ich versuche zu treffen, aber ich bin darin echt nicht gut. Ah, Mann. Es läuft weg. Oh, ich hab getroffen! Der Pfeil steckt nur in seiner Seite drin. Ähm. Voll. Oh, Scheiße. Das war eine doofe Idee, sich zu trennen. Kannst du mal bitte versuchen, mir entgegenzukommen, bitte? Ja, wo bist du denn? Ich bin jetzt wieder bei diesem See. Ja, ich komme auch in deine Richtung. Ich sehe den Namen nicht. Warum sehe ich den Namen nicht? Ah, doch da jetzt. Ich hab mein Reh verloren. Ja, ich auch. Da steht mein Pfeil jetzt drinnen. Doch, hier, guck mal hinter uns. Da, wo ich jetzt hingucke, da ist eins. Das ist blutig. Das ist eins von unseren. Oh. 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 Das ist weg. Das kann ja nicht wahr sein. WTF? Hinter uns ist wieder eins. Zwei! Hier direkt vor mir steht eins. Da. Da. Das ist sogar blutig. Wird immer da weg. Komm. Griffsteher. Da stehen sogar noch zwei. Amarsspeher. Im Hals. Der Pfeil steckt im Hals. Das Geräusch. Das Geräusch. Sieht Vogt hier eigentlich immer noch imaginäre Flugzeuge. Da hinten rennen sie. Ha. Ne, das lebt ja auch das Vieh. Nein. Oh, ich dachte es wäre tot. Oh. Ja, ich habe eins. Oh nein. Sehr schön. Äh, WB-Indy. Hast du da eins auch gefunden? Nein. Noch da. Das war Bambi Smutscher. Wir brauchen das. Fäll aber leider. Oh Mann. Hinter dir war übrigens auch eins. So, ich habe jetzt mein zweites erlebt. Wow. Das ne ist sowieso doof. PTA. PTA. Hier, den Kopf nehmen wir nicht mit. Ich kann Pilze essen, aber die sehen aus wie Fliegenpilze. Ich glaube, das sollte ich nicht tun. Braucht jeder von uns vier oder braucht jeder nur zwei? Jeder braucht zwei. Gut. I did it guys. Wie viele Fälle schlucken die denn? Drei. Das ist viel weit schon. Ich habe noch eins gefunden. Nein, es hat dich verpackt. Okay. Wir machen... Ey. So, das wäre jetzt der vierte Pfeil. Also eigentlich fressen die nur zwei. Hier ist noch ein großer Baum. South Park, anyone? Echt nicht. Ich gucke einen South Park. Miserabler Raum. So eins brauche ich noch. Ja, mein Reh ist leider verschwunden, was ich gerade gefunden habe. Hattest du nicht aber auch schon eins erlebt? Ne, ich hatte jetzt erst eins. So. Ich bekomme so langsam mal schon wieder Hunger vom ganzen Rennen wahrscheinlich. Was ist das? Hier ist ne Uhr. Und hier ist auch ein Bambi. wo denn? Da. Aber es läuft weg. Nee. Aber keine Pfeile mehr. Doch. Aber wieso? Wo? Hier sind... Weil ich kann nicht mehr zielen. Hier ist ein Hunde eingegangen. Hier ist ja auch noch ein Hunde. Ich habe einen Hunde eingefallen. Hier ist noch ein Hunde. Ich habe noch ein Hunde eingefallen. Ich habe noch ein paar Hunde eingreifen. Nein. Ach komm. Ich will es doch nur töten. Die Pilze kann man essen. Probieren wir es aus? Ne, war nicht gut. Du kriegst ja nicht so viel Schaden davon. Das hält doch. Oh. Ein Top. Was? Ach so. Flum. Mensch man könnte irgendwie anlocken. Der Glühwein schmeckt halt echt gut. Aber ich glaube der macht mich nur noch mehr müde wenn ich den jetzt so trinke. Der Alkohol wäre jetzt so gut wenn man müde ist. Ich glaube den hat er mir auch nur mit hochgebracht weil ich halt er weiß halt dass ich roten also normalen Glühwein nicht mag und dann hatten wir mal einen anderen gekauft und den hat er mir halt mit hochgebracht. Was? Das war ein Eichhörnchen. Also was? Ich wollte wissen ob man aus dem was rauskriegt. Was haben wir eigentlichen? Glühwein? Der Inhalt des Glases war durchsichtig? Ja ja das ist weißer Glühwein meine ich ja. Ich bin ja dafür wir gehen zu den Zelten zurück und schlafen gleich wenn es dunkel ist. Ja ok. Und wenn wir schlafen es bleibt eh dunkel. Wie eben. Und wir müssen wir müssen auch ein Feuer machen. Wir können uns hier Wasser holen weil ich habe Durst. Dann müssen wir die Sodan nicht verbrauchen. Wo waren denn das? Schau was. Hinter uns ist ein Bambi aber dafür haben wir gerade nicht so. Was wo ist Bambi? Hinter uns aber ich muss essen und trinken. Und wir kriegen essen und trinken jetzt was aus. Oh Gott ein Baby. Ein Baby ein Baby. Wie ein Baby. Hä what the fuck es gibt Babys? Ja. Ach so diese Babys. Die springen hier ins Gesicht. Hier sind überall Leute. Oh da ist einer mit Feuer. Nein von dem Winifekt der schmeißt mit Feuer. Ja. Ja sonst lassen wir uns Richtung nach Hause gehen. Das sieht aus wie Wasser von Starbucks. Bambi neben uns. Und ein Einwuchgeborener. Der auf Bäume klettert. Ich sehe das Bambi nicht. Ja ich renne nach Hause. Hi hi. Ok. Hier sind noch mehr. Ich brauche immer meinen Speer wieder aus. Den Feueraffenmenschen würde ich nicht nach Hause locken. Äh ne der ist uns doch gar nicht mehr hinterher gerannt glaube ich. Wir haben unser Tor einfach offen gelassen. Du. Wer zündet euch die Bude an. Ehrlich? Wie scheiße ist das denn? Hm. Uns fehlt noch ein Bambi. Ist das ärgerlich. Bambi? Wollen wir den? Ich bin nübge. Wollen wir ihn nicht verlieren? Wollen wir den? Dich. Wollen wir den? Rad mal. Wollen wir ihn nicht verlieren? Dich. Wollen wir ihn? Oh, auf so einen Wärmeanzug, auf den freue ich mich. Da braucht man sechs Reh und vier Wildschweine. Ich glaube, Wildschweine habe ich noch gar nicht gesehen. Nee, die sind auch eher da, wo es kälter wird. Okay. Gibt ja auch Waschperren. Ich baue mal so einen Stoffhalter. Weil das ist dann ja wahrscheinlich was, was wir bald ein bisschen mehr fahren wollten. Ja. Achso. Ich mach mal essen. Nein, das wollt ihr nicht. Ein ganzes Regal für einen Schokoriegel. Okay, Fleisch ist... Wow, bringt ja viel. Hast du noch Stickys? Und noch vergiftet. Warte, ich lebe. Wovon du das jetzt nicht machst, ist das nicht gut. Ich kann auch was machen, ich habe noch mega viel Fisch und Fleisch. Gut, dann mach du dir. Esbar, die sind schon grünlich, also ich finde ja, okay, das ist verdorben. Okay, sieben Stückgefühl noch. Hier liegt ein verdorbener Lohich. Hm. Wollt ihr nicht verbrennen oder so? Ist doch scheiße, dass man die... Sind die alle verdorbenen, die hier hängen? Könnte sein, die hängen wahrscheinlich schon zu lange. Also die kannst du halt auch aufs Feuer tun. Die werden dann irgendwann... Irgendwann ist das Kohle. Nein, das wollte ich gar nicht. Scheiße, jetzt habe ich da Fische raufgelegt. Hast du noch Hunger? Nicht mehr, jetzt. Ich leise jetzt mal Ding ins Inn. Ein paar Bieren. Oh, es müsste jetzt so langsam auch mal wieder regnen, wäre gut. Also, falls du noch minimal Hunger hast, da ist noch was. Na gut, okay. Der Lohich war bremter, dann solltest du nicht essen. Sonst wird es ein Hort für Bakterien, okay. Ich brauche noch Stickys. Ich glaube, es geht zu weit für das Game. Das glaube ich auch. Ich bezweifle, dass sie das überdacht haben. Hallo, Night of Magic. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hast du es schon fertig gemacht? Ja, ich habe auch schon... Du kannst ja deine Wasserflasche schon machen. Wie mache ich die denn? Weißt du das aus dem Kopf? Ein Seil und zwei Fälle. Okay. Wie fülle ich die auf? Äh, hier. An dem... Ja, aber... Ist da noch Wasser drinne? Fast nichts mehr. Soll ich trotzdem benutzen? Ja, mach, 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 mach. Jetzt kannst du mir mal gucken, wie viel Prozent gefüllt sie ist. Sauberes Wasser 100%. Und wie oft kann man daraus trinken? 4,5 bar. Okay. 6, noch mehr. Oh. So, jetzt bruch ich halt nur noch ein Bambi ist es. Ach, ich wollte mir noch ein Steadcraften. Der Random der 5 Minuten lang, statt rauszugehen, das Nulltotemsucht beschwert sich, dass sie niemand rettet. Life is hard, würde ich mal so behaupten. Und was machst du da jetzt? Hallo, 4 Leute. Ich hab grad Besuch. Ja, ich komm zu dir. Deine hat ne Fackel. Oh. Mit der Fackel? Auf dich hab ich gar kein Bock. Ich bringe sie schon mal auf den Scheiterhaufen. Ja. Jeder trägt sie die schöne Kette. Ich hab ja nur zwei trotz Nöt gerettet, aber hey, Beschwerden muss sein. Oh, ich muss mich mal waschen, ich bin dreckig. Und den gehen? Wow. Was war das denn? Waren das nicht vier? Wo ist unser... Hier. Ich hab schon los, die anderen beiden auch zu holen. Wo seid ihr hin? Ähm. Dieser Hase, ey. Nee, ich vergiss. Vergiss es. The fuck? Was denn? Ähm. Kann man echt krank werden in dem Spiel? Kann man echt krank werden in dem Spiel? Das hatte ich, glaub ich, noch nie. Ich bin noch nie krank geworden in diesem Spiel. Kann man bitte damit aufschauen? Ich hab den nicht mehr weggekriegt. Jetzt kann ich ihn holen. Ich konnte ihn grad nicht ablesen. Äh, wegnehmen. Kann man da drauf die Leichen auch stapeln? Kannst du die Steine da mal runter nehmen? Würde es gern mal ausprobieren. Ähm, bei uns in der Base ist grad irgendwas hochgeflogen. Habt ihr das im Stream gesehen? Guck mal, geh. Warte mal. Och, mann. Hey, what the fuck? Da ist ne Leiche drauf abgebildet, aber ich kann die nicht auswählen. Shit! Warte mal, vielleicht darf ich den nicht tragen. Aber ich würd trotzdem mal gern wissen, was passiert, wenn du den Elter drauf pflegst. Oh, voll spektakulär. Hä, merkwürdig. Hä, irgendwas ist hier grad hochgeflogen. Irgendwas rundes. Ach. Das war unser Feuer, ist kaputt gegangen. Oh. Als wenn dieses Feuer einfach verschwindet, wenn's kaputt geht. Hier war grad unser Feuer, Leute. Also, ich hab damit nix zu tun. Den Wagen hab ich fast geschrottet, aber... Jetzt haben wir da nen verkohlten Luis drauf. Hast du den jetzt gegessen? Ja. Ich baue mal ein neues Feuer. Hat nichts gemacht. Ich finde es einfach verschwindet. Ich geh' nochmal ein bisschen in den Wald und... Ich brauche jetzt noch... Nein, 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 nein. Muschi Claus, hau ab, geh weg. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß jetzt. Fauch' mich nicht an. Oh mein Gott! Lass mich hier, lass mich. Warte, ich stehe so, dass ich die Tür zu machen kann, wenn du da bist. so ich fange jetzt immer an mir eine dinge zu machen wie lange dauert das ist ja unser tor kaputt hat da kriegen wir die mit dem sperr nicht musiklaus so hat er kronk den genannt klippwand oh mein gott wir müssen den menschen nicht einfach so der macht unser tor kaputt ich bin ja wo bist du gemacht was denn ja das tor verschwunden ist so ein cheater auch scheiße kannst du den wegklappen an dem außen weg von der base gehen ja kannst du dich dann wiederbeleben ich kann mein stand von dem flugzeug soll ich so nicht zum flugzeug zurück also soll ich mich machen ja mach ruhig das mit unserer mauer beschäftigt 16 tage überlebt hallo komano schön dass du da bist du siehst mich gar nicht brauche ich bin gar nicht da scheiße ich habe keine stickys mehr kann ich mir wenigstens das mal was ich vergessen hatte mir zu holen ich habe halt keine stickys mehr wir haben auch keine stickys mehr in der base also ist das jetzt irgendwie gerade problematisch ja was machen wir denn jetzt mal leute ich glaube ich mal ein bisschen rüstung würde ich mal so behaupten ist das die weg nein wie es an meins wie es da kämpft wo ich gestorben bin ich habe nicht zu ich mal ein stoff und alkohol noch mal monotov stoff ich habe mein und alkohol ja ich muss den alkohol zum glück habe ich den hier im schrank reingetan fackelt er uns dann nicht die bude ab du musst das irgendwie so werfen dass du das triffst und nicht das haus also die mauer wäre mir egal aber das haus hier ärgerlich kombiniert einen sperr mit tuch und alkohol dann zünde ihn an oder das ja aber das finde ich nicht so gut so weiter das fein danke der nachfrage selbst abgesehen davon dass euch im game vermutlich momentan eher dezent weniger gut geht sonst geht es nur ganz gut ausrösten bevor du ihn wirst musst du ihn anzünden auf L gedrückt halten wie denn da rum pimmelt ich habe angst dass ich nicht treffe also ich würde ihn mal weglocken warte geht er weg wo ich will meine sachen ich will dann nur meine sachen hau auf der muss doch jetzt schon mega viel schaden gekriegt haben oder nicht warte nochmal noch einen ich will nur meine sachen wir kriegen noch mehr besuch wo ist er denn wo ist Muschi Klaus hin hier vorne Angst dass sie nicht trifft im Fall auf die 12 ich habe zur Not auch noch einen wenn er jetzt mal stehen bleiben würde 0 was haben wir da gerade raus geholt Mutantenrüstung kann wir denn gar nicht mitnehmen ja ich würde mal sagen wir haben jetzt wieder was zu tun ja so viel zum Thema Höhle schade hier liegt ein Outfit Wir sehen uns beim nächsten Mal.